Hallo Leute, herzlich willkommen zurück bei einem kleinen Dota Auto Chess Video, etwas anders, wir werden im Nachhinein noch ein Spiel spielen, das werde ich hinten ranhängen, deswegen geht das Video etwas länger als sonst, denn im Vorfeld möchte ich euch ein paar Sachen erklären, ein paar Sachen, die immer wieder gefragt werden und dementsprechend dachte ich mir, warum hängst du es nicht einfach mal vor ein Video, damit halt diese Fragen beantwortet werden und zwar auch bildlich und nicht nur in den Kommentaren. Wir fangen ganz einfach an, wie kann man das Spiel endlich wieder auf Englisch stellen, ja, viele haben das Problem, dass die Übersetzung halt auf Deutsch ist und die hat Fehler, die Übersetzungen sind weird und falsch und das wollen wir halt wieder haben auf Englisch. Dementsprechend machen wir es ganz einfach, du öffnest Steam, ja, du hast Steam ganz normal offen, so wie wir es hier offen haben und gehst in die Bibliothek, rechtsklick auf Dota 2 Eigenschaften und dann die Startoption festlegen. Hier steht das Ganze, da wo meine Maus ist, da drückst du drauf und gibst das da ein, was ich hier stehen habe, Bindestrich, Language, Leertaste, Englisch, ja, Bindestrich, Language zusammen, Leertaste, Englisch. Das war's, ja, dann Dota 2 Neustarten, sofern du es noch offen haben solltest und dann hast du das Spiel endlich wieder auf Englisch. Die nächsten 2 Tipps werden wir auch noch quasi im Menü selbst klären können, danach gehen wir ins Spiel rein, spielen auch ein Spiel und dann werde ich noch 1, 2 Sachen vorher erklären, die eigentlich jeder kennen sollte, aber trotzdem für die Anfänger unter euch nochmal zu erwähnen. Wir gehen mal hier in dieses Menü rein und jetzt ändere ich gleich 2 Sachen, beziehungsweise zeige euch 2 Sachen, die man ändern kann. Warum ist zum Beispiel die Map auf der linken oder auf der rechten Seite? Wie kann ich meine Map wechseln und so? Das geht ganz simpel, indem du hier oben auf das Rädchen drückst, Menü, ja, dann gehst du auf Optionen, hier oben im Tab-Bereich, Hotkeys, Optionen, Video und Audio, gehst du auf Optionen und dann kannst du hier Show Minimap on the right raus machen, ja, nicht, also wenn du klickst, ist es halt auf der rechten, wenn du es rausnimmst. Es ist auf der linken Seite und dann hast du auch dieses Problem nicht mehr mit dem Überlappen der ganzen Sachen und so weiter, deswegen, Show Minimap on the right, kannst du ausmachen. Und der letzte kleine Tipp, bevor wir ins Spiel gehen, ist, wieso ist dein Bild nicht schwarz und ausgegraut, wenn du stirbst? Wie kann ich das ändern? Ich möchte auch, dass es ganz normal farbenfroh ist, wenn ich gestorben bin. Auch das ist ganz simpel, du gehst in die Advanced Options bei Optionen, das heißt, wieder auf das Drehrad hier oben, ja, auf die Mutter, dann gehst du auf Optionen, dann gehst du auf Advanced Options. Die sind hier unten zu sehen, da du es jetzt mittlerweile auch auf Englisch hast, drückst du hier dann drauf und dann siehst du hier rechts, Kamera, Color, Shift, When Dead. Ja, dieser kleine Befehl wird dir das denn schenken, die farbenfrohe Gestalt, wenn du tot bist. Das war ein interessanter Satz, ich werde ihn aber so lassen, ja. Das bedeutet, der hier ist bei euch angehäkelt, den hakelt ihr raus und dann seid ihr fertig. Ihr müsst nicht auf Save drücken oder so, das ist dann einfach fertig. Einfach zack, wieder raus und das Ding ist gegessen. Bevor wir anfangen, ein weiterer kleiner Tipp. Es ist nichts, was unbedingt deine Probleme lösen wird oder so, aber falls du das Problem haben solltest, dass du ganz häufig kein Match bekommst, dass das immer wieder ein Problem ist, dass du nicht reinkommst. Hier zum Beispiel hat jemand abgelehnt und so, das kann immer passieren. In 99% ist das so, dass irgendwelche Leute nicht schnell genug annehmen oder, keine Ahnung, ablehnen oder sowas. Was aber mal hilft, ab und zu, einfach das Spiel neu starten. Ja, das kann Zufall sein, aber vielleicht kommst du dann auch einfach in eine neue Lobby rein, die funktioniert oder so, aber mir hat das mehrfach geholfen. Es kann Zufall sein, ich will jetzt nicht mit Bestimmtheit sagen, dass es irgendetwas bringt, direkt, dass du irgendwas austrickst im System hier, aber wenn ich irgendwie ganz häufig hintereinander nichts gekriegt habe oder die ich nicht reinkonnecten konnte, weil irgendwie immer wieder neue Lobby gefunden wurde, dann habe ich immer das Gefühl gehabt, das backt hier irgendwie rum und deswegen habe ich das Spiel neu gestartet und das hat tatsächlich dann immer sofort geholfen. Das kann Zufall sein, aber so ein kleiner Anreiz dafür, falls es bei euch so vorkommen sollte und ihr nicht spielen könnt oder so, und ihr probiert das 10 Minuten, probiert das halt 2-3 Minuten, spartet das Spiel neu, probiert es nochmal neu. Da sind wir jetzt im Game und noch latest, alles gut, wir sind im Game. Wir werden jetzt nebenbei natürlich eine Partie spielen. Ich möchte trotzdem noch eine weitere Sache erklären, ein, zwei weitere Sachen erklären, nur damit du Bescheid wirst. Ähm, okay, wir machen das mal so, mal schauen, wie es laufen wird. Lukas hat Justus Endgame, einer von acht, okay. Ähm, und zwar, viele fragen mich, warum ich diese Bullet-Anzeige noch immer habe. Das, was hier durchfliegt, wenn die Leute was aufrüsten, das ist ganz einfach, falls ihr es nicht gesehen haben solltet, hier oben könnt ihr es an- und ausschalten. Ja, also oben rechts, da wo meine Maus ist, seht ihr ja, da könnt ihr das Häkchen raus- und reinmachen und dann habt ihr die Anzeige da, dass sie durchläuft. Ja, gut. So, die weitere kleine, ähm, Geschichte, die vielleicht der ein oder andere komplette Anfänger, der neu im Spiel ist und der mein anderes Guide vielleicht noch nicht gesehen hat, ähm, ist die Candys und die Kuriere. Ganz simpel, am Ende kriegst du eventuell, wenn du in den Top 3 bist, kriegst du Candy. Was ist dieses Candy? Oh, das ist aber schade. Ups. Okay. Ähm, ja, also, die Candys bedeutet, du kriegst am Ende der Runde Candys, wenn du auf Platz 1, 2 oder 3 bist. Kommt drauf an, wie viel, und das ist auch, steht nicht fest, niemand weiß genau, wie du das kriegst, ja, niemand weiß das genau. Ich glaube, nicht mal die Entwickler selbst. Ähm, und davon kannst du dir Kuriere holen. Wenn du 40 Stück haben solltest, dann kannst du hier, get a random Kuriere drücken, und wenn du hier drüber hoverst, Moment, hier drüber hoverst, komischerweise, dann kannst du sehen, welche du kriegen kannst. Ich hab das schon ein paar Mal gemacht, hab ein paar schwarze, hab blauen und hab tatsächlich auch ein Legendary gekriegt. Sieht man in einem Video von mir, in den letzten Update-Doter-Auto-Chess-Videos, sieht man, wie ich den ziehe. Wer sich dafür interessiert, kann ja gerne vorbeischauen. Des Weiteren kannst du die auch hier gegen die Hälfte davon wieder eintauschen und nochmal neu gammeln, wenn du es dann möchtest. Ähm, was ich aber nicht tun werde, außer ich hab den vielleicht doppelt. Ähm, aber ansonsten nicht. Ich muss gerade überlegen. Machen wir mal so. Ähm, dann gehen wir jetzt mal auf die Liste der Chess-Pieces. Das ist so der letzte kleine Tipp, den ich habe, für die Leute, die das vielleicht nicht wussten, da oben mal geguckt haben. Hier hast du eine Übersicht über die ganzen Chess-Pieces, ähm, damit du weißt, wer was ist, ähm, welchen du vielleicht noch nicht hast, falls du irgendwie eine Kombo versuchst, zu, äh, aufs Feld zu bringen oder so, dass du einen Überblick hast, wie viele davon noch im Board sind und so. Nicht die Menge an sich, sondern einfach nur die Anzahl der Knights, die Anzahl der Demons und so. Na, das sind so die kleinen Tipps gewesen. Ich dachte mir, das wäre vielleicht nochmal ganz interessant. So. Dann haben wir den Boy hier jetzt. Dann machen wir einfach mal so. Und dann sind wir nämlich auch los. Ja. Aber hey. Manchmal spielen das auch Leute, die zwölf oder jünger sind. Ist nichts Verwerfliches. Aber naja. Man kennt es ja. Haben wir noch irgendwelche Elfen, die wir brauchen hier oder so? Beast Warrior. All right. Machen wir mal so. Und nehm dich wieder raus. Ich habe gerade gesehen, dass wir drei von vier haben. Äh, vier von drei. Pocken immer natürlich. Klar. Ich hoffe nicht, wie viele Leute nervös werden, wenn ich halt immer so lange brauche, um mir Chess Pieces zu kaufen. Und hier Sachen drin sind, die ich auf jeden Fall kaufen müsste. Und des Weiteren sei gesagt, erspart euch eure Backseat Gaming. Hättest du mal lieber in Runde 15 den Lone Druid gekauft, dann hättest du in Runde 23 Lone Druid 3 gehabt und dann hättest du das Spiel gewonnen. Aber in der Koi, du bist ganz schön schlecht. Zick der Lann. Relax deine Vagina. Machen wir mal so. Zack, zack. Und Schavems. Elf, 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 elf. Ja, hier. 3, 6, 9, 11er Bonus. Ähm, geben wir hier. Geben wir hier. Geben wir hier. Hier. Mit dem Update übrigens dazu gekommen, wie viele Leute es vielleicht auch noch nicht wussten, am Ende der Runde kannst du keine Items mehr vergeben. Deswegen nicht wundern. Das ist, um vorzubeugen, dass du halt Items verlierst, weil über diesen Lag Peak hinaus kann es passieren, dass du Items verlierst. Das ist mir in einem Video sogar passiert. Da ist mir was verloren gegangen. Und das haben sie damit überbrückt, indem du es einfach nicht mehr verteilen kannst. Was ganz gut ist. Weil wozu... Also da kannst du auch eine Sekunde warten. Okay, das werden wir wohl nicht schaffen, weil Puck seine Ulti verkackt hat. Obwohl? Doch. Evasion. Jawohl. Evasion. Erfekt. Pack MVP. Is it Joy? Na, gegen die Wölfe. Die gewinnen. Ärgerlich. Das ist mal interessant hier doch. I bring the spark of death. Hast du das gehört? Wir können jetzt einen Racer reinbringen. Für zum Beispiel den Furion. Denn den Bonus haben wir sowieso. Was ich denke ist... Ist okay. Er hat zwar nicht den Evasion Bonus, weil die haben nur die Elfen. Das heißt, das Ausweichen. Das ist ja die Fähigkeit dieser Elfen. Aber ich denke, dass unser Damage Output wichtiger in diesem Augenblick ist. Unser AOE Damage Output als eine weitere Union im Evasion. Ich bin kein Profi in diesem Spiel. Ich bin wahrscheinlich Durchschnitt. Wenn überhaupt. Deswegen möchte ich auch nicht, dass Leute schreiben. Also was du da für ein Play gemacht hast, war ja Bullshit und so. Ich bin kein Lehrer. Ich gebe euch nur wieder, was ich denke. Warum ich etwas tue. Denn Anfänger können davon lernen. Klar. Natürlich würden sie auch den einen oder anderen Fehler vielleicht übernehmen oder so. Aber... Es gibt bessere Plays. Aber es heißt nicht, dass ein Play falsch ist. Das sollte man sich immer im Hinterkopf behalten. Denn du weißt nie, was Late Game der Gedanke ist dieses Spielers. Deswegen sollte man Backseat Gaming immer. Immer. Vermeiden. Das zum Beispiel jetzt auch. Könnte ich jetzt zwei Trolls draufstellen. Ich habe schließlich zwei Shadow Schamanen. Oder ich setze die hier mit drauf und hole den Razer wieder raus. Oder ich nehme den Pack für den hier raus. Oder sowas in der Richtung. Vielleicht kann ich auch die Luna rausnehmen. Was weiß ich. Der Dream Protector. Musste überhaupt tanken, wenn ich genug Damage Output habe. Wenn ich einen Razer. Ich könnte auch Sachen verkaufen, damit ich Level aufgehen kann. Um noch einen Unit reinzukriegen. Ist das klug? Ist das nicht klug? Der ganze Spaß. Ja. Das werden wir sowieso nicht schaffen hier. Der Goblin Bonus auf dem Chaos Knight. Wenn die Ulti von ihr gut ist. Dann vielleicht. Aber ich glaube bis dahin werden wir gar nicht mehr überleben. Die wird nämlich jetzt gestunnt. Und dann ist sie weg vom Fenster. Naja. Und doch noch kein Stun. Na ja. 2 Clockwork. Ne. Masternix. 3 Goblin Bonus. 3 Mac Bonus. Und 50% Damage oben drauf. Mit dem Demon. Ne. Schade Schokolade. So. Dann setzen wir jetzt mal dich mit rein. Wir setzen dich mit rein. Wir nehmen dich mal mit raus. Und dich stellen wir nach vorne. Machen wir so. Gucken wir mal wie es so läuft. Schauen wir mal. Nächste Runde wieder Level ab. Würde ich mal jetzt sagen. Außer wir kriegen irgendwelche krassen Chess Pieces. Dass wir die kaufen oder so. Müssen wir mal gucken. Falls ihr übrigens. Leute habt die Dritte Auto Chess spielen. Und diese Tipps und Tricks noch nicht kannten. Diese ganz banalen. Das ist nichts besonderes. Ich weiß. Ich möchte es nur. Ich wollte es halt erklären. Könnt es natürlich dann gerne. Weiter. Zeigen. Anderen Leuten schicken. Oder so. Dass sie das dann vielleicht auch wissen. Und dass es eine kleine Hilfe ist. Denn es gibt nichts schlimmeres. Als wenn du falsche Kompos angezeigt bekommst. Weil das Spiel auf Deutsch ist. So. Ja. Die beiden sind ja schon raus. Weil die Angst haben mich zu facen. Aber es ist halt okay. Mit Respekt muss man sich erstmal verdienen. Den ich hier habe. Ja. Gut. Können wir aufrüsten. Weil wir hier nichts brauchen. Das ist doch Optimopti hier. Wir könnten 6er Elfen Bonus glaube ich sogar machen. Bin mir jetzt gar nicht so sicher. Wenn wir hier 6er Elfen haben. Hier haben wir dann. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben 5 Elfen. Glaube ich. Yes. 5 haben wir. Ah nein. Schon wieder gegen den. Diesmal sollten wir hier 2 Creeps oder so besiegen können. Denke ich mal. Wenn du deine Ulti nach oben machst. Oh. Dann können wir sogar gewinnen. Wir können sogar. Wir gewinnen sogar. Nice. Ich habe mich echt unterschätzt. Aber ich glaube er ist auch erst Level 5. Ja okay. Er ist noch Level 5. Aber 32 Gold. Hm. Den behalten wir mal in der Hinterhand. Ich überlege gerade auf ein 3er Mage zu gehen. 3er Mage. Okay. Dann machen wir das mal so. Crystal Maiden 2 bin wir aufs Feldstein. Kunker hätte ich nur aufbewahrt und hätte mal geschaut was so kommt. Ich gebe uns ein Broadsword und Claws. Okay. Oder auch nix. Nicht so schlimm. Geben wir ihr. Guck mal jetzt könnte ich nämlich nichts mal verteilen. Ich könnte nämlich nichts anklicken. Na das ist doch mal. Oh. Koppel. Jetzt haben wir ja aber auch interessante Geschichten. 3er Mage statt 3er 11 oder 2er Troll. Ich glaube noch stehen wir ganz gut. Undead Warlock lassen wir raus. Elf Assassin lassen wir auch raus. Ähm. Hm. 3er Mage über 3er Elfen. Alle 3 Elfen sind Level 1. Aber auch alle. Ne. Alle 3. Die Mages werden Level 2. Also jedenfalls die Crystal Maiden. Kannst du noch deine Ulti rausfragen? Schaffst du nicht mehr. Fuck. Er hätte noch 2 oder 3 sogar gezählt. Mit der Ulti. Aber hätten 2 Level 2 Racer. Also 3er Mage Level 2 Racer. Ja. Das ist. Sehr sehr stark. Okay. Elphunter. Batrider. Hm. 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 Es ist. Ich bin der tiefste. Ich bin nicht mehr. Nachtsummer ist sicher. Noch einmal noch. Ich bin der tiefste. Ich bin der tiefste. Ich bin der tiefste. Ich bin der tiefste. Nachtsummer ist sicher. Noch einmal mehr. Monster Kill! Okay, die erste Runde, wo wir nichts brauchen. Den Shadow Fiend... Es wäre eine Idee auszuwechseln, aber wir gehen auch auf 3er Mage, würde ich sagen. Zweimal aufrüsten würde uns leider gerade nichts bringen. Ich bräuchte 3x XP, um aufzuleveln. Ich muss es glaube ich um eine Runde verschieben und ich will auf jeden Fall aufleveln. Das ist das Ding. Ich hätte nämlich gerne Lone Druid zum Beispiel. Oder ein Troll Warrior. Gegen die Boys können wir auf gar keinen Fall gewinnen. Es sei denn, unser Windranger oder kriegt eine gute Ulti hin? Nee, immer noch kein Mana. Zu wenig Mana. Nach oben hinweg, ja okay. Den Tiny machst du noch. Schade. Wenn sie den noch gemacht hätte, wäre das ganz gut gewesen. Dann wären wir eine Losing Streak noch... Wir sind gar keine Losing Streak gewesen. Okay. Ich dachte wir wären noch eine Losing Streak. Ähm, wir können aber nicht aufrüsten, weil wir zu viel eingeschoppt haben hier. Dich raufstellen statt Puck. Vorerst. Bevor wir einen 3er Elfen Bonus haben. Wäre auch vielleicht eine Möglichkeit. Na. Wir hatten auch den 6er Elfen Bonus, ich weiß. Jetzt haben wir den Freeround hier. Gegen den Snack. Der gewinnt. Gegen... Er hat den Warlock Walters. Fuck. Ey, die tanken hier ganz schön sich zu, die Jungs. Okay. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, aber nicht so schlimm. Wir werden sowieso unter 10 Gold gefallen. Mhm. Crystal Maiden natürlich. Das war der Plan, weswegen ich auch aufrüsten wollte. Was benutzt der Wind? Ice is nice. Ice is nice. Schauen wir mal. Ich bin noch nicht ganz ge... Oh. Räuten wir 15. Ich habe es verkackt. Ich bin noch nicht hundertprozentig sicher, in welche Richtung das gehen sollte hier. Aber. Ähm. Es fühlt sich nicht an wie eine Katastrophe. Ja. Kann aber daran enden. Ich habe den ganzen Tag nur gequatscht und jetzt getrunken, ey. Trinkt Wasser. Trinkt viel Wasser. Das hilft eurem Körper. Ja. Ich als Arzt weiß... Oh. Oh. Vengard. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Holy Shit. Direkt erstmal Vengard gedroppt. Ja, und es fehlt leider ein Tank. Ich würde es gerne Level 3er Triant geben. Oh what? Wir haben fast ein Level 3er Batrider. Aber wo holen wir den Platz her? Okay. Der kommt erstmal weg. Ähm. Die würde ich schon gerne noch behalten. Ihm würde ich gerne behalten. Crystal Maiden kann erstmal weg. Okay. Denn ein Level Up steht nicht in Aussicht gerade. Und das wird wahrscheinlich erst gegen Level 21 oder sowas passieren. Oh. Oh shit. Und deswegen müssen wir mal gucken. Ist das denn mit dem Warlock Bonus? Hat er einen Warlock Bonus? Hat er nicht? Wir sind stark. Reicht doch. Ich habe immer noch Vengard. Unser Triant hat ja auch schon ein paar Sachen hier. Oh. Shit. Den Pack brauchen wir auch. Und auch. Hallo. Die Luna. Das war ein guter Roll. Holy shit. Hier geben wir Vengard. 250% HP, 10% HP Regeneration und 50% Chance 50 HP zu blocken. Also 50 Damages zu blocken. Erste Zeit unser Tank aber auch nur weil wir nichts anderes haben gerade. Okay. Jetzt haben wir erstmal eine Freeround. Ihn auf Level 2, das wird halt schon ausreichen. Weißt du? Er ist stark auf jeden Fall. Er verliert aber. Er verliert. Okay. Vorerst. Hmm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ne. Ball nach oben wegpacken. Perfekt. Nicht ganz perfekt. Aber okay. Oh. Er hat keine Schnitte gegen uns Mages hier. Komo ist nicht wirklich super stark, aber sie ist natürlich gut, vor allem weil wir Level 2 Mages haben. Der Racer ist noch Level 1. Drei Leute sind gleichzeitig rausgeflogen, okay. Oder gleichzeitig, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind drei Leute rausgeflogen. Jetzt sollten wir immer noch sparen, wir haben nämlich kein Gold. Level 20, also Runde 20 gleich, 20 Gold ist halt echt übel. Der müsste reich sein, Level 6, ja, 56 Gold. Level 7 ist der und hat 23 Gold, okay, wir sind auch Level 27 Gold, das heißt, steht gar nicht so schlecht. Er hat schon Troll hier, er spielt Full Warrior, er spielt Full Warrior, okay, dann fehlt aber noch ein Doom, glaube ich, wie es aussieht. Der hat den anderen auch besiegt, das heißt, der wird uns auch locker fertig machen. Pack nochmal mit einem guten Ball, kannst du nochmal einen raushauen? Schade. Er hätte halt den 2 Eraser, ne, das ist halt ein großer Vorteil. Ansonsten hätten wir, also die hätten wir locker weggemacht und dann wäre das Ganze auch noch anders ausgegangen, denke ich mal. Ich will meinen Wengard gerne verteilen, aber ich will es halt nicht meinem Batrider geben. Okay, ich gebe es jetzt meinen Lone-Rules. Zack. Und. Ja, ist okay. Geben wir es auf. 24, ich würde das nächste Runde am liebsten erst machen. Ja. Ich hätte den Trian draufstellen sollen, statt der Miraner wahrscheinlich. Der Bär. Guck mal, wie viel er tankt. Alter, das ist insane. Er hat nicht mal so einen Bären gespawnt. Hat er doch? Scheiße, glaube ich, tut mir leid. TA. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6er Bonus ist es noch nicht mal, weil wir halt den Beast hier haben mit der 3er Mage Combo. Ich glaube, meine Alexa ist angegangen. Die hört mir immer genau zu. Immerhin spielt sie keine Musik. Die Mysterien sind sicher für einen anderen Tag. Ach, kann man ja nicht geben. Wie viel Damage macht unsere Luna? Das habe ich befürchtet. Positiv, aber ich habe es befürchtet. Windranger, ja, Windranger, auf jeden Fall. Vor allem, weil ihre Ulti halt auch Magical ist. Das bedeutet, das funktioniert in der Combo natürlich noch sehr, sehr gut. Das Problem ist, wir sind halt wirtschaftlich gesehen nicht gut dabei. Aber jetzt sollten wir erstmal einen Puffer haben, bin ich der Meinung. Die Ulti war eine Katastrophe, aber schauen wir trotzdem. Wir bräuchten noch einen Batrider, um auf jeden Fall eine Menge mehr Platz zu haben auf der Bank. Und dann können wir auch die Troll-Combo erstmal weiterspielen. Das wäre kein Ding. Jetzt kriegen wir aber noch einen Razer. Ah, goddammit, meine Güte, jetzt kriegen wir einen Puck und einen Razer. Werde ich dich erstmal los. Ich bringe die Sparke der Tod. Es tut mir leid, ja. Ich hätte ihn auch gerne auf Level 3 irgendwie gebracht oder so. Er tankt so gut. Das ist halt auf Level 2, ne. Okay, er spawnt noch seine Wölfe. Er hat gedodged, indem er gesprungen ist. Okay, das war gut. Die TA konnte noch eine Runde leben. Vielleicht reicht es sogar noch, um das Ding hier zu gewinnen, deswegen. Weil sie den Damage-Output hat. Lockheed nochmal. Ist das ein Level 3er? Es ist ein Level 3er, X. Lockheed. Evasion. Ganz stark. Ganz starke Performance. Will ich haben, will ich haben. Gib uns doch nur eine Mirana. Gib uns doch nur ein Batrider. Mit einem Batrider hätten wir so viel Platz. Okay, Triant nicht essentiell. Aber der Windranger... Will ich dafür locken? Der muss sich halt rerounen. Das ist das Problem. Und eigentlich kann ich mir das nicht erlauben. Oh, shit. Ulti war natürlich nice. Holy shit, wir gewinnen wegen der Ulti. Nice. Will ich die Troll überhaupt noch fahren? Er ist kurz vor dem Level 3er und das wäre natürlich schon ziemlich, ziemlich nice. Aber wir müssten letztendlich sowieso... Fahren wir ihn weiter oder nicht? Hier ist jedenfalls nichts dabei. Fahren wir ihn weiter oder nicht? Hat er immer noch Batriders? Level 3er Task. 125, alles entspannt, okay. Der ist also super stark hier, ne? Ja, Level 2, Level 2, Level 2. Okay, das ist verdammt gut. Wer dann auch auf der Bank? Okay, ja, nichts auf der Bank. 23 HP Level 8. 23 Gold Level 8. Gib uns Broadsward. Haben wir da fast auf unseren Notruid auch, oder? Geben wir ihn. Das ist schon mal gut. Da haben wir wieder Space. Das kann man mit der Luna auffällen. Ich rerolle nicht. Ich habe es in den Fingern. Ich habe es wirklich in den Fingern, aber ich rerolle nicht. Level 8. Wie viel hat er investiert? Ja, schon relativ viel. Kämpfen gegen Ner'Zul. Hatten 2 das Raptor. Das ist natürlich ein ziemlich gutes Kombo, also ziemlich gut gegen uns. Der Bär wurde aber schon gespawnt. Hast du deine Ulti noch? Das schaffst du wohl nicht mehr, oder? Schaffst du ihn nochmal? Komm schon. Er hatte Zeit. Also er hatte wirklich Zeit. Deine Ulti muss sitzen. Deine Ulti sitzt, oder? Sieht gut aus. Ja, okay. Hast du genug Evasion? Leider nicht. Schade. Mit einer Ulti mehr hätten wir das Ding auch gewonnen. Wir waren gerade in einer ganz akzeptablen Winning Streak. Ich muss die Choles aufgeben, ne? Ich muss die aufgeben. Das macht sonst keinen Sinn. Jetzt hätte ich die Luna auch nicht verkaufen sollen, am besten. Das macht keinen Sinn. Ich bin mit dem Gold hinterher. Ich bin mit dem Level jetzt hinterher. Und ich bin auch mit der Konstellation der Creepsie hinterher, indem ich hier alles blocke. Ich hätte noch 2 Windranger gehabt. Wahrscheinlich vielleicht auch nur eine. Ich hätte 1 oder 2 Luna mehr gehabt. Ich hätte ein Level 2 Triant da gehabt. Damit habe ich mir zu viel weggeblockt, glaube ich. Oh, Level 3 hat Zinker. Level 2 ist Shadow Fiend. Der Razor ist gleich down. Der hat einen Warlock-Bonus. Das ist gar kein Razor gewesen. Oh, fuck. Der Warlock-Bonus hat mich gecrusht. Können wir da zurückkommen? Irgendwie. Level 3er Bounty Hunter. Die Leute haben Level 3er ohne Ende. Mir war nicht mal mein... Mein einer Batrider hier. Der hier. War mir nicht mal gegönnt. Gyrocopter-Mech. Das ist Magical, richtig? Yes. Das ist gut. Das funktioniert auch in unserer Combo. Könnten wir setzen gegen unsere Mirana zum Beispiel. Sollten wir auch tun. Er hier kümmert sich um den Ex. Was vollkommen okay ist. Weil er könnte sich um 25.000 mehr Leute kümmern. Die Ulti ist wichtig, aber die kommt nicht so... Doch, die Ad's wurden weggemacht. Das gewinnen wir jetzt. Sehr gut. Okay. Das Match ist auf jeden Fall hart, hier zurückzukommen für mich. Ich muss halt ziemlich Glück haben. Bist du noch... Bist du noch ein Ding? Hm. Okay. War der Level 3er Timbersaw da eben auch schon, als wir gegen den verloren haben? Okay. Gar nicht so eine Katastrophe. Hätte schlimmer kommen können. Ja, das tut weh. Aber wir können es nicht anders machen. Und dafür lock ich jetzt nicht. Top 4. Okay. Immerhin ein Upgrade. Ich müsste aufleveln, ne? Aber... Okay. Jetzt haben wir das Problem, dass wir... Oh. Dass wir keine Droiden haben. Oh. Moment. Den brauchen wir nicht. Wir brauchen ihn und den Trian von eben. Wir brauchen den Trian von eben. Ähm. Des Weiteren kommst du weg. Time for Target Practice. Fuck. Wir brauchen den Trian von eben. Ha. Ja. Dann sieht man es, ne? Dann hätten wir jetzt ein Level 3er Lone Druid. Oh, er hat den Bär nicht gespawnt. Das werden wir wohl nicht besiegen können. Kriegen wir noch einen vielleicht tot mit deiner Ulti? Nein. Du hast leider ihn nicht abgeschossen, sondern bist auf die Beine gegangen. Schade. 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 Da ist jetzt die eine Mirana wieder. Wir kaufen sie mal und wir wollen. Wir brauchen noch eine Crystal Maiden. Wir brauchen noch zwei Rind Ranger. Wir brauchen noch ein Trian Protector. Okay. Wir sehen halt, also wir stehen scheiße. Wir sind unterlevelt. Wir sollten nicht so unterinvestieren. Wir haben noch 22 Leben. Wir liegen eh schon hinten und liegen es jetzt noch mehr wahrscheinlich. Wir können aber jetzt hier gut was weg machen durch die Ulti von Gyro. Ja. Deine Ulti ist jetzt wichtig. Du bist gesilenced. Das ist natürlich sehr belastend. Ja. Schade. Gut. Ich fliege damit schon mal auf unseren Nacken. Jetzt geben wir Gas. Belastend. Wir machen es trotzdem. Du kommst mit drauf. Noch extra. Du bleibst da stehen. Wie ist das jetzt? Undead Warlock brauchen wir definitiv. Wir könnten sie aufs Feld stellen. Statt einen zweiten Lone Drift. Ob das The Play ist, kann ich Ihnen noch nicht mit Bestimmtheit sagen. Brauchen wir nix. Wir brauchen einen Trill and Protector. Sind wir raus? Das wird schwer. Das wird schöner um die Top 3 zu kommen. Okay. Jetzt. Herz der Karten, Boys. Herz der Karten. Lone Drift. Brauchen wir nix. Crystal Maiden. Das ist nicht so big wie unsere Windranger. Aber es ist da. Für die End. Okay. Weg. 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 Du kommst drauf. Einer zu viel. Du bist zu viel. Weg. Weg. Gut. Refresh. Windranger. Give it to me, baby. Es reicht trotzdem nicht. Auch mit einem 3er Lone Drift. Oder? Machst du nochmal deinen Ball? Nein. Das war's. Oh. Wir haben uns so gut zurückgekämpft. Und sind leider noch 4er geworden. Das war nicht meine beste Performance. Ich hab mich zu lange. Ich weiß meine Fehler. Und das. Darauf möchte ich jetzt auch noch kurz eingehen. Ich glaube das ist noch ganz interessant. Guck mal. Ed gegen uns verloren. Zum Beispiel. Relativ eindeutig sogar. Mein Fehler war, dass ich zu lange an Trolls festgehalten habe. Weil ich so kurz davor war, auf ein Level 3er Bedrier zu kommen. Schon ab der 7., 8., 9., 10. Runde. Was weiß ich was. Dass ich dachte. Okay. Wenn ich die noch kriege. Es lohnt sich immer noch. Es lohnt sich immer noch. Und die da mit einem Troll Warlock. Die kann ich auf dem Feld lassen. Weil das sind nur zwei Crips. Hab ich viele Sachen nicht gekauft. Andere Sachen wieder verkauft. Und hab somit nicht eine 6er Elfen Bonus gefahren. Mit 3 Mages oder so. Und das halt sehr spät erst. Hab sehr spät aufgelevelt. Und ich hab sehr spät mich von Creeps getrennt. Normalerweise passiert mir das nicht mehr. Aber heute war das anscheinend wieder der Fall. Leider. Aber das ist halt manchmal ein bisschen schwer. Jetzt gucken wir nochmal zu. Das sieht doch ganz gut aus hier für ihn. Jetzt hat er den Winning Streak verloren. Und der hatte gegen uns verloren. Gewinnt aber gegen die anderen. Er fährt ja auch Mages. Ja. Er hat seine Lina Level 2 rausgenommen. Weil er ist natürlich super nice. Aber es wird er nicht schaffen. Ich glaube nicht, dass er sich erholen kann. Die anderen beiden sind zu weit vorne, was die Level 3er angeht. Und das, was auf der Bank hinten noch steht. Jedenfalls bei ihm hier. Was hast du bei dem hier noch? Medusa 2. Gut, könnte man bringen. Kurz vor einem weiteren Alchemisten. Er braucht dringend sein Techies. 1, 2, 3, 4. Ne, wer fährt ihn dann noch? Er hat keinen Bounty Hunter, ne? Fährt er nicht die 6er Goblin? Okay. Kannst du die besiegen? Ne. Aber nicht geschafft. Er auch nicht. Er auch nicht. 1 AP hat er noch. Der Drache hier. Er hat einen Unbett Bonus. 3er Mech. Also 2er Mech Bonus. Er hat einen Warlock Bonus. 1. Er ist halt nur so weit gekommen, weil er halt unfassbar viel Glück hatte. Timmer Saw 3, Tinker 3, Clockwork 3. Schafft er nicht mehr? Okay, krass. Ach, er hat doch einen Bounty Hunter. Nevermind. Also braucht er noch seinen Techies. Den habe ich gar nicht gesehen. Brauchen nur die Techies. Für einen Goblin Bonus, für einen 6er. Und das ist somit der stärkste, das stärkste Bonus, den es gibt, glaube ich. Gerade im Verbundsein mit dem Warlock Bonus. Das ist es. Gerade kassiert der Boy hier. Er fliegt. Er ist immer noch Level 9. Okay. Alle über, also alle um die 50 Gold, alle Level 9. Okay, also Air Level 2 wäre auf jeden Fall ein guter Damage Peak. Aber ich glaube nicht, dass es reicht. Nächste Runde muss er investieren. Würde ich jetzt so sagen, weil 26 leben, okay. Aber eben gerade hat er, glaube ich, 15 Damage kassiert oder so. Wenn er das gewinnt, ist das natürlich eine andere Geschichte. Aber wenn er verliert, kann es sein, dass er nochmal gegen denselben spielt. Und dann ist das Ding halt vorbei. Und er schafft in einer Runde nicht unbedingt alles. Er könnte zwar Level 10 gehen und noch einen Creep reinstellen, aber nicht noch rerollen für Level 2er Keeper of the Light. Er hat jetzt gewonnen. Okay, alles gut. Aber gegen den hier hat er ja keine Chance. Okay, er geht rein. Er geht rein. Oh, er hat einmal zu viel gedrückt. Wieso stellt ihr ihn jetzt raus? Für den Naga Bonus? Ja. Das ist ziemlich, ziemlich blöd gewesen von ihm. Er hat nämlich einmal zu viel XP investiert und hat somit 5 Gold verloren für 2 Rerolls. Was insane ist für seinen Status. Wären 2 Rerolls echt wichtig. Das wäre quasi eine Runde. Er schafft es nicht. Hier. Er gewinnt gegen den Goblin Boy. Maybe. Yes. Oder? Kriegt er den Timbershop platt oder nicht? Ich glaube, er besiegt ihn nicht. Oh, er ist gesilenced. Aber nee, es reicht. Es sind immer nur meine Eindrücke. Ich sage nicht, dass das alles Gesetz ist, was ich sage. Ich muss es immer wiederholen, denn es gibt genügend Leute in den Kommentaren, die Queen 1 sind und dementsprechend sagen wollen, was ich halt für Bullshit erzähle. Okay. Er hat seinen Keeper of the Light 2. Was ist mit einem Troll? Was willst du damit noch machen? Du hast ihn auf der Bank mit einem Blade Male. Du hast keinen Troll-Bonus. Aber du hast ihn als Warrior drin gehabt. 1, 2, 3, 5, 6. Okay, du hast einen 6er. Ja, okay. Hätte ich nämlich auch gesagt, weil der Blade Male ist gebufft worden und ist ein ziemlich gutes Item. Kann er also locker einen seiner Tanks geben. Das sieht doch ganz gut aus. Aber alle gewinnen, ne? Mhm. Der Kurier ist cool, den er hat. Das ist ganz nice. 140. Gefährliche Runde. Die Trolls. Super stark. Keiner hat sie komplett geschafft. Er schafft sie... Ne, er hat keinen Lifestyle. Mit Lifestyle hätte er es geschafft, wahrscheinlich sogar. Können wir natürlich Bescheid geben, ob er es überhaupt wichtig findet, dass ich gewisse Matches noch bis zum Ende mit anschaue. Oder aber gesagt, nee, das ist nicht interessant genug oder so. Mittlerweile? Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Er braucht immer noch Sintakis. Aber hey. 4er Mech hätte er, ne? Hätte er ja. Hätte er ja. Worthed gegen einen Shadowfiend Level 2? Wahrscheinlich nicht. Aber gegen eine Death Prophet. Wobei, nee, das ist Undead-Bonus, den er jetzt dadurch hat. Als Level 2 kannst du ihn auf jeden Fall für den Shadowfiend reinsetzen. Und jetzt muss er sich wirklich was überlegen. Schafft er es? Nein. Er schafft es nicht. Überlebt aber die Runde noch. Der Nerzul ist jetzt der strong boy hier im Land. Hat auch eine Menge hier stehen. Und hat immer noch 64 Gold. Wie sieht es hier aus? Wo ist denn? Ach da. 20. Oh, jetzt geht es los. Das ist nice. Gegen den Shadowfiend Level 2. Gegen den hier. Okay, er verzichtet auf den Undead-Bonus. Geht natürlich auch. Ist wahrscheinlich auch. Also da, zum Beispiel, da ist jetzt der Punkt, wo ich sage. Oh, oder gegen Alchemisten. Nee, okay. Ich hätte den Undead-Bonus drin gelassen. Hätte den Alchemisten rausgenommen. Ein Level 2 Alchemist hätte ich rausgenommen. Den gewinnt er. Sieht nach einem Loss aus hier. Nope. Auch er gewinnt. Oder tankt der Ex noch weg? Nein. Andern gewonnen. Also ich hätte den Undead-Bonus drin gelassen. Und die beiden Shadowfiends dafür einen Alchemisten rausgenommen. Das wäre so mein Ding gewesen. Kurz vor dem Level 3er Shadowfiend ist er, dann hat er seinen Ande. Oh, warte mal. Was sehe ich denn da? Ein Techies. Rein damit. Für den Alchemisten. Ja, definitiv. 1, 2, 3, 4, 5, 6er Goblin. Somit hat er seine Strat voll. Und die ist halt super strong. Er hat 3 Warlocks. Er hat 6 Goblins. Und ein 4er Mech-Bonus. Ja, hier bleibt eigentlich nur noch zu hoffen, dass er einen Shadowfiend kriegt. Für den Level 3er Shadowfiend. Und wenn das der Fall ist, dann hat er nochmal Platz für den Undead-Bonus. Sein Gyro wird gedoomt instant. Aber das reicht trotzdem. Der wird jetzt gewinnen. Ich sehe nicht, wie er verliert. Aber okay. Vielleicht täusche ich mich. Er ist raus. Und er spielt sogar gegen ihn. Und der Enigma hat das Board gecleared. Er verliert zwar, aber das ist sehr viel knapper, als ich dachte. Krass. Runde 44. Er hat noch mehr als genug Gold auf jeden Fall. Wie sieht es bei ihm aus? Nicht mehr. Aber er hat dann Level 3er Shadowfiend. Und rein. Nicht mit ihm. Nicht mit ihm. Geh auf den... Ach, fuck. Er hat den an den Bonus nicht, oder? Träusche ich mich die ganze Zeit. Ja. Okay. Würde ich auch so sagen. Ist die bessere Variante. Gucken wir mal. Ob sein Gyro wieder gedoomt wird. Der Tinker springt wieder nach hinten durch, weil er den Blinkdäcker hat. Er wurde gesilenced und gedoomt. Direkt. Er verliert wieder, aber wieder relativ knapp. Boom. Sechster Goblin Bonus ist einfach so gut. Bin ich gespannt. Runde 45 wird für beide nicht... Also, okay. Ich glaube, er sollte das eigentlich sogar easy machen. Er hat Enigma. Aber Enigma 1. Doom Enigma X. Hm. Oh, fast ein Kunkka 3. Er braucht noch einen Kunkka für Kunkka 3. Holy shit, das habe ich gar nicht gesehen. Okay, Enigma kriegt ihre Ulti nicht raus. Das heißt, das verliert er auf jeden Fall. Er sollte eigentlich gewinnen. Er hat genügt Tanks da. Ganz schön knapp gewesen. Er verliert. Okay. Meine Predictions sind alle Müll. Ihr solltet nicht auf mich hören. 20k Leben. Gerade war die Hälfte. Das war sogar bei ihm besser als bei dem Martin. Krass. Er hat Kunkka Level 3. Kunkka 3, boys. Alright. Hat er einen Chicken Head? Sieht aus wie so ein Chicken Kopf. Von oben. Wie ein Hühnchen sieht das aus. Krasse Scheiße. Kunkka 3. Holy shit. 3800 HP. 10 Sekunden Cooldown ist ganz normal. Level 2. Oh, okay. Holy shit sind das Upgrades gewesen. Ich dachte, er hat ihn easy. Aber das ist nicht mehr easy. Level 2. Er liegt mehr, wäre noch richtig gut. Da kommt das Schiff. Kravems. Death Prophet is down. Er verliert trotzdem eindeutig hier. Krass. Das ist halt der Goblin Warlock Bonus. Das ist dadurch zu kommen. Das ist hart. Enigma 2 wird tatsächlich noch einen Unterschied machen. Troll 3 fast. Aber auch das ist super strong. Aber er hat Enigma 2. Er hat verdammt viel Glück beim Reboot. Holy shit. Okay. Da bin ich jetzt mal gespannt. Oh shit. Mein Wasser. Da bin ich jetzt echt gespannt, wie das wird. Das ist ein spannendes Match. Zum Glück haben wir das mal weiter angeguckt. Jetzt ein Popcorn hier, oder was? Enigma Ulti. Ja, optimal. Trifft soweit alle. Death Prophet mit ihrer Ulti. Steht relativ safe. Ja, guck mal. Guck dir das an. Guck dir das an. Holy shit. Hat er aufgeräumt. Aber er hat Tackies 2, oder? Die Bombe war gerade ziemlich groß. Er hat Tackies 2. Was haben die Jungs denn für Glück? Okay, er hat verloren, oder? Oder? Ja, yes. Okay. Aber die haben auf jeden Fall Glück im Re-Roll. Er hat mittlerweile kein Gold mehr. Er hat noch zwei Atemstil, sollte er auf jeden Fall verteilen. Hier steht nichts mehr. Der Renetzul hat noch die Chance auf ein Level 3er Troll. Da ist er auch. Ne, anscheinend. Was? Nein, er hat nur sortiert. Ich dachte schon. Das ist krass. Oh, okay. Er hat ihn aber eh easy platt gemacht auf seinem Feld. Mal gucken, ob das Umstellen was gebracht hat von dem Martin. Hat er umgestellt? Ich glaube schon, oder? Jetzt ist der Death Prophet auf jeden Fall offen. Das ist scheiße. Er hat die Ulti rausgekriegt, aber bringt ihm nichts. Oh, bringt ihm doch was. Da ist die große Bombe. Blum. Jetzt verliert er wieder. Er ist aber nicht raus, oder? 17 Damage. Der Troll, der würde ihm jetzt noch ein bisschen helfen. Zwei Re-Rolls quasi, aber du hast kein Gold, um ihn zu kaufen, falls du... Ja. Jetzt, wenn du ihn hast, bringt... Also, kannst du nichts verkaufen. Schade. Gucken wir mal. Kunde 49. Komm, stell um, Keule. Du musst doch was tun. Du hast gesehen, du wurdest gerade hart gecrusht. Du sollst umstellen. Ich glaube, er findet gerade schade, dass er keinen Troll mehr gekriegt hat. Oder er hat die noch gekriegt, und er kann sich die nicht kaufen. Komm, überlebt diese Runde, please. Ich glaube nicht dran. Die Nigma muss die Ulti hier machen. Wo bleibt deine Ulti? Ach da. Könnte reichen. Ja. War wohl kein GG. Die Nigma-Ulti war wichtig. Ich glaube, letzte Runde hat er das nicht geschafft. Und der Martin hat es jetzt gejinxt mit seinem GG. Und nächste Runde hat er den Troll 3, und dann sieht das alles wieder anders aus. Mal gucken, ob das stimmt. Ich habe daraus interpretiert, dass er den Troll-Enter nicht kriegt, oder sich nicht mehr kaufen konnte. Ne, er hat ihn nicht gekriegt. Doch, er hat ihn. Er hatte ihn. Also wirklich. Er hat ihn wirklich noch gekriegt. Okay. Das war also der Call. Aber, Runde 50. Runde 50 ist der Roshan. Und ich habe ihn besiegt tatsächlich im Stream heute. Aber wird er schaffen. Mein setup war stärker. Obwohl, ich hatte keinen Kunker 3. Okay, er ist gestunnt. Und Troll baut jetzt gerade sein DPS erst auf, ne? Ah, fiss an. Okay, den besiegt er. Holy shit, nice. Er schafft ihn nicht. Ja, okay. Das kannst du dir nicht mal geben. Ne, ihr nicht mal noch Pew Damage. Er schafft es auf keinster Weise. Er kriegt, glaube ich, auch nur 3 Damage. 4. Jetzt kommt es drauf an. Crushed ihn auf seiner Seite, Nerzul. Kauft er jetzt überhaupt noch was? Rion muss er ja eh nicht unbedingt. Dooms könnte er noch kaufen. Juggernauts, Slada. Also er hat noch Potenzial, noch Sachen zu kaufen. Warum auch nicht, ne? Wie hast du es jetzt gegeben? Ah ja. Das war gut. Enigma muss ihre Ulti schießen. Hier hin. Jetzt. Ja, perfekte, perfekte Ulti. Troll lebt noch. Er gewinnt aber auch. Beide haben gewonnen. Er hat noch 1 AP. Und er ist raus. Ab Runde 50 kriegt jeder pro Runde 5 Damage. Stimmt. Ab Runde 50 kriegt jeder pro Runde 5 Damage. Damn. Unlucky. Er hatte, ich glaube Nerzul hätte sogar noch gewonnen. Long Term vielleicht. Schwierig. Gute Runde. Auf jeden Fall, ne? War interessant. Das war eine lange Folge. Ich hoffe, es hat euch unterhalten. Und wie gesagt, mit den Tipps und Tricks. Könnt natürlich auch noch weitere Tipps und Tricks dalassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Adios.